Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute öffnen wir hier unser, ich glaube das ist das erste Sammelalbum von Drachenwendel, was wir hier öffnen. Auf jeden Fall, wir haben hier Rayquaza auf dem Artwork und auch hier auf dem Artwork. Finde ich cool. Auf jeden Fall, ich habe es jetzt erst gefunden. Das ist kein älteres Video, das ist 2022, Leute. Und das klingt irgendwie auch leichter auf als andere. Auf jeden Fall, die Poster sind immer so riesig. Hier mit Rayquaza und Duraludon, Vimex und hier mit Nachtara und Feminara. Dann hier das Album, Rayquaza. Und wir kennen das ja irgendwie im Prinzip immer das gleiche, aber halt nur mit anderen Artworks oder anderen Packs. Volleybo war, finde ich cool. Laciola auch. Aber man hätte es noch blau machen können. Dann hier nochmal so ein paar Informationen. Und das war's. Hier ein Album. Und hier das Pack. Machen wir mal ein Skibdypack, würde ich sagen. Leute, besser als nächst ein Regileki, glaube ich. Als Holoshi auf jeden Fall. Und wir hatten... Die finde ich auch cool. Auf jeden Fall, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal.